So über den Schwulen gebeugt, mit der Faust im Anschlag. Sehen Sie das Bild von Bushido? Hä? Was soll ich jetzt machen? Was? Hallo, Tino. Ich bin da fit. Ja, das ist schön zu hören. Du siehst auch gerade sehr fit aus. Siehst du mich? Nein, wir tun so, als würden wir uns sehen. Ja, du auch. Danke, danke. Es ist schön, in deiner Wohnung zu sein, wir Corona-freien Leute. Ja, wollte ich gerade sagen, die aufmerksamen Zuhörer denken sich jetzt, Moment, ist Tino nicht noch in Quarantäne? Und damit haben sie recht. Ja, also wir sind über Discord live zugeschaltet, supergeil. Ich war letzte Nacht sehr, sehr lange noch wach. Jetzt ist Vormittag, ich kotze. Heute Abend ist die erste Folge Extreme Talk. Sprich, gestern war die. Ihr habt bestimmt alle zugeschaut, weil ihr ganz toll seid. Und wenn nicht, dann schaut den nächsten Samstag zu. Tino, wie fandest du es denn? Es war ein riesen Erfolg, Robin. Es war wirklich Pulitzer-Preiswürdig und, wie heißen die anderen Preise? Fernsehpreis, Comedypreis, Echo. Preiselbeere. Goldene Stimmgabel, alles hast du gewonnen gestern. Und Kalle auch. Danke. Danke, danke. Ja, das ist ja nicht der Anspruch, aber naja, gut. Aber ich habe noch einen guten Freund, der ist voll der Discord-Hater. Kannst du das nachvollziehen? Nee. Also ich finde Discord auf jeden Fall von der Oberfläche und so alles ganz nice. Ich glaube, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass zum Beispiel Teamspeak bessere Audio hat. Und Discord aber trotzdem irgendwie einfach besser ist. So wie der Brennpunkt-Internet, der geht jetzt in seine 91. Runde. Wie geil ist das denn, Tino? 91. Einmal so alt wäre. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir drücken natürlich auch die Daumen für das 91. Jahr von Frau Oma Gerda. Ja, aber jetzt sind hier erstmal Tinko Anranchow und Räubin Nostrabimos mit den wichtigsten und saftigsten News der letzten Woche. Und meine Güte, Robin, diese Woche. Maschallah, wie die neudeutschen Leute sagen würden. Was war denn da los, Tino? Ah, Mannakoi. Natürlich die Meldung der Woche. Sarah Lombardi ist wieder verlobt. Echt? Ja, zum Glück. Ey, ich habe wirklich schon so gefiebert, ne? Also ich dachte mir, die arme Sarah jetzt nach diesem ganzen Aleppo, nee, Alessio, ach, was weiß ich, das ist doch eh alles das Gleiche. Du meinst Petro. Ja. Ja, weil ich dachte mir so, ach, Horrorcamp ist, ne? Der Petro, der darf da sein. Und die Sarah, die wird wieder ausgeschlossen. Na toll, die Frauen wieder. Die brauchen einfach mal was Gutes im Leben. Ich würde sagen, die Woche ist eine 10 von 10. Jetzt schon, ja. Finde ich auch. Wir wünschen Sarah Lombardi und ihrem, ich weiß gar nicht, wie ihr neuer Macker heißt, alles Gute für die Verlobung. Es ist ein Fußballer. Die wird eine Fußballfrau. Ein Fußballer. Das wäre ein bisschen ein Argwort, oder? Wenn der Fußballer, wenn die heiraten, ja. Und der Fußballer heißt dann mit Nachnamen Lombardi. Mmh. Und dann noch ein Doppelname. Sarah Lombardi Lombardi. Das wäre ja peinlich. Kein nach hinten, sondern behandeln es tatsächlich als allererstes. Es ist natürlich noch viel anderes passiert. Ich sag nur fucking Wien, Alter. Ja. Aber das ist wirklich das Thema der Woche. Da kommt mir nicht drum rum. Die Wahl in Amerika, Dino. Das war ja wirklich eine Twitter-Partie. Es ist eine Twitter-Partie. Es ist ja immer noch nicht zu Ende. Wir nehmen gerade auf, zum Samstag, 10.42 Uhr, in aller Herrgottsfrühe. Und es gibt immer noch keinen Sieger. Keinen offiziellen. Die Bilanz sieht natürlich gerade sehr gut für Joe Biden aus. Das war nicht immer so. Ich habe die Wahlnacht, am Dienstag quasi, live gestreamt. Eigentlich habe ich mehr Roblox gezockt, als auf irgendwas zu achten, was da gerade passiert. Aber da habe ich schon gesagt, Leute, achtet drauf, es ist sehr gut möglich, weil die Demokraten sehr viel mehr mit Briefwahl wählen, dass es erstmal so aussieht, als gewinnt Trump einen Staat und dann aber schwingt das vielleicht um, weil die Briefwahl reinkommt. Dass es aber so krass wird, hätte ich nicht gedacht. Zum Beispiel Pennsylvania, das hatte ich echt nicht für möglich gehalten. Das war ja zwischendrin, glaube ich, bei minus 700.000 Stimmen oder so. Und dann, das war so ein Hin und Her, ey, dieser emotionale Rollercoaster. Ich habe schon wieder damit abgeschlossen und habe so gesagt, ey, fuck off, man. Alles von mir aus scheißegal, was der in Amerika macht, aber so für Klimakrise wäre das vielleicht doch ganz gut, wenn da jemand im Weißen Haus sitzt, der sagt, ja, doch, da gibt es Eis, das schmilzt. Ja. Die Sonne ist nicht kalt, nein, sie bringt Eis zum Schmelzen. Überraschung. Ja. Wie war es, Alice Weidel oder? Nee, das war die andere Alte da. Äh, von Storch. Genau, genau. Wir müssen die Sonne verklagen. Ja. Also wirklich, das ist ein Hin und Her alleine, dass es jetzt über mehrere Tage geht und immer noch nicht gelöst ist. Es ist unfassbar. Ja, das kennen wir ja gar nicht, ne, in Deutschland. Da weiß man am selben Abend meistens, wer gewonnen hat. Ja. Ja, meistens die CDU, dann wird gezittert um die FDP und der Rest ist auch irgendwie entschieden. Ja. Oh Mann, ey. Äh, ja, wie heißt der Kollege Joe Biden? Ja, der andere, genau. Ich hatte gerade ein genauso gutes Gedächtnis wie er. Äh, der hat jetzt mittlerweile gesagt, dass er direkt an Tag 1 wieder das Paris-Abkommen, äh, genau, quasi annimmt oder dem rejoint. Das finde ich sehr, sehr schön. Was übrigens gleichzeitig noch ist, ist ja die Wahl für den Senat und das Haus, zumindest teilweise. Nicht alle Plätze. Im Haus, glaube ich, schon alle Plätze, aber im Senat immer nur so ein Drittel. Und im Senat sieht es aktuell so aus, als kriegen sie mindestens einen Sitz dazu. Da gibt es noch aus irgendeinem Grund eine Wiederwahl, wo ich mich gar nicht reingelesen habe, weil, fuck you, ich muss Extreme Talk machen. Ähm, in Georgia gibt es quasi noch zwei offene Sitze. Und ich glaube, das entscheidet sich erst im Dezember. Und, äh, wenn die beide gewinnen, dann haben die Demokraten auch den Senat. Und das ist quasi insofern wichtig, dass, ähm, Joe Biden kann machen, was er will als Präsident. Wenn er den Senat nicht hat, kommt das wahrscheinlich eh nicht durch. So, die größeren Sachen. Und, äh, das wird quasi eine richtig, richtig knappe Sache. Noch knapper als die Wahl jetzt. Alter Leute. Das ist, das ist quasi fast entscheidender, ne? Ja, beim, äh, beim Repräsentantenhaus haben sie Sitze verloren und verlieren vielleicht auch noch mehr Sitze. Und die, die rausgeflogen sind, sind allesamt gegen Medicare for All. Also quasi ein, ein staatliches Gesundheitswesen, was für alle gleich ist, so ungefähr. Ganz kurz zusammengefasst. Und, Tino, mir fliegt die Buchse weg. Das, mir fliegt einfach die Buchse weg. Es ist so ein, es ist so ein Tohuwabuhu. Ich warte ja auf zwei Ergebnisse der Zeit. Mein Corona-Ergebnis und die US-Wahl. Und ich weiß gar nicht, was spannender ist. Ja. Ist ja, ist ja fast das Gleiche, ne? Für mich schon. Also, wenn, wenn, wenn Trump im Amt ist, ist ja, ist ja die USA, sind ja die USA quasi Corona-positiv. Mhm. Äh, Trumps oberster, äh, Chief of Staff heißt es. Also, wie sagt man, der, der Chef seines, seines Stuffs. Stuffs, wie sagt man? Ja, Stuffs sagt man, ja. Sein Stab halt, ne? Sein Stab ist jetzt auch Corona-positiv. Das ist die heutige Nachricht. Iiii. Ja. Sein Stab, das will ich gar nicht wissen. Richtig. Dachte ich mir auch so ekelhaft. Ne, Mark Meadows ist quasi so jetzt, äh, einer der letzten großen Namen, die noch nicht angesteckt waren. Und das ist genau der Typ, der vor ungefähr zwei Wochen gesagt hat, ja, äh, Coronavirus, das, das kriegt wir eh nicht unter Kontrolle. Wir machen jetzt einfach quasi, und, äh, das ist dann auch halt einfach so. Aber von denen, die Trump angesteckt hat, ist ja keiner gestorben, ne? So weit, ich weiß nicht. Aber es ist ja noch alles offen, Dino. Wir könnten uns noch überraschen lassen. Eine lustige Randnotiz, ich habe gestern so ein Video verfolgt, ähm, wo sie so, so witzige Sachen über die, die Wahlnacht berichtet haben. Und du kennst doch sicherlich Kompakt, dieses Magazin, die so auch, auch, äh, als Rechtsgelten und vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und die betiteln sich immer als einzige neutrale Quelle in Deutschland. Und die haben auch live gestreamt über die Wahl. Und der Moderator trug halt eine, ähm, Make America Great Again Kappe und hat für Trump gebetet. Da dachte ich mir, ja, das ist also Neutralität. Für Trump beten, Alter. Dann kriegt er oben, der Gott kriegt so ein Fax rein. Oh, warte mal, hier. Och, der, der kleine Mann von Kompakt, der betet für den Trump. Na gut. Dann, dann mache ich halt jetzt, dass der Trump gewinnt. Ist okay. Hast du mich überzeugt. Ja, wenn alle beten, geht's ja auch nicht mehr für alle auf. Stimmt. Dann muss der Gott irgendwie abwägen. Lass, lass einfach in Zukunft nicht mehr voten, sondern beten. Und Gott entscheidet dann, der guckt dann, wer betet am meisten für welchen Kandidaten und der gewinnt dann. Aber der sagt doch nix, der Gott. Der lässt sich ja nicht blicken. Mist. Na, der schickt dann einen Blitz auf den Verlierer oder so. Ah, das fände ich fair. Oder vielleicht, vielleicht täuscht sich ja das Christentum oder, beziehungsweise, das war ja jetzt eher so Richtung Griechenland. Vielleicht, vielleicht schickt er halt einfach einen Sprengstoffgürtelmann los. Ah. Ja. Vielleicht, vielleicht ist es ja doch so ein bisschen ein anderer Gott, in einer anderen Interpretation. Du meinst so wie in Wien zum Beispiel. Ja. Aber ich will doch gar nicht zu Wien. Scheiße. Nein, es war nur eine, eine, keine Angst der Welt will nach Wien. Das ist in Österreich. Das ist Bergdeutschland. Das ist alles räudig da. Wir kommen da später zu. Äh, ich wollte wirklich noch kurz zu Trump ein bisschen was sagen. Es gab einen Report, dass der gute Trump sich in seinem Oval Office verbarrikadieren will und sich weigern will, rauszukommen. Ein Hausbesetzer. Ja, so sein Plan. Er ist jetzt quasi nach dieser ganzen Zeit vom Radical Left selber zu so einer linken Socke geworden, die Häuser besetzt und dann da irgendwie, weißt du, wie, wie hier Liebig, 43, ich sag immer 43, ich krieg das nicht mal in den Schädel rein. Ist egal. Äh, Liebig 45 quasi, weil er ist ja der 45. 40. Präsident. Ähm, ja, und der stinkt dann da. Der, der stinkt dann da, der hat dann da so eine Sicherheitsnadel im Ohr und sitzt im Oval Office und pisst und trinkt Bier. Und, und, und lässt so Banner rauswerfen, wo dann so Sachen draufstehen wie, äh, Solidarität mit alten weißen Männern oder, ihr kriegt mich hier nicht raus. Äh, ich komm doch sonst nirgendwo unter. Ich hab ja auch prognostiziert, dass da noch ein Knaller kommt dieses Jahr. Bis jetzt kam er noch nicht, also nicht dieser Knaller, den ich meinte, aber jetzt, ja, jetzt ist Trump ein ganz schlimmer Narzisst, der in die Ecke gedrängt ist und nicht wahrhaben will, dass er verloren hat, weil in seiner Welt kann er gar nicht verlieren, so geil wie er ist. Ich glaube wirklich, die nächsten zwei Monate werden nochmal richtig, richtig, ja, spannend will ich fast gar nicht sagen, weil ich sag's wie es ist, ich hab langsam, ich hab langsam kein Nervenkostüm mehr dafür. Aber es gab ja so viele Meldungen wieder über, über Trump, dass er, ähm, wegen Wahlbetrug klagen will, ähm, es gab irgendwie Bombendrohungen gegen Wahllokale und so weiter. Genau, in Pennsylvania. Die sind da mit Waffen reingestürmt, ähm, haben geschrien, stoppt the count, also hört auf zu zählen. Das ist echt, wie, weiß ich nicht, das, das würde ich mir in Russland vorstellen können oder in irgendwelchen anderen merkwürdig demokratischen Staaten. Aber dass in den USA mal sowas möglich ist, hätte ich nicht gedacht. Ja. Auch ungestraft, ja, das, die, die Anhänger von Trump, die feiern das ja auch noch, dass er, äh, solche Sachen äußert und dass seine Anhänger da mit Waffen Leute bedrohen, dass sie aufhören sollen zu zählen. Ja. Ja, also überhaupt die ganzen Videos, die man so gesehen hat, es gab ein Video, das relativ viral gegangen ist von so einem Typen, der sich übelst aufregt, äh, so, so Verschwörungstheorien vor sich hin blabbert und, äh, mein Favoritenvideo war, was du gerade gesagt hast, dass die quasi stoppt the count, also, die sind ja in so einem Wahllokal, beziehungsweise in so einem Auszählungshallen-Ding und da war so eine Glaswand und da haben die sich da vorgestellt und haben angefangen mit schreien, hier, stoppt the count, stoppt the count und haben dabei vor die Fensterfassade geklopft und das sah echt aus wie so eine richtig lahme Zombie-Apokalypse. Ah, so Walking Dead-mäßig, ne? Ja, und das war so eine Mischung, auch super creepy, aber auch super, super lame und lächerlich, aber ganz, ganz seltsam. Da drinnen, ey, Leute, die wollen da ihre Arbeit machen, weißt du, und, und machen alles, damit da das alles rechten Ding, äh, mit rechten Dingen zugeht und die stehen da und klopfen in einer Tour vor die Scheibe, da hätte ich ja richtig Bock zu arbeiten. Das machen die auch voll falsch, die müssen auch so Zahlen reinrufen. 94, 73, 5, 1, 1, 9, 8. Ja, ja, doch, ist. Wie früher in der Schule. Ja, also das ist auf jeden Fall so mein, mein Highlight, obwohl gleichzeitig auch Lowlight-Video. Ähm, ich hab mir aber das ganz witzig vorgestellt, mit, mit Trump so im Oval Office versteckt, da könnte man doch irgendwie, äh, eine Show draus machen. Ich sag mal so, wenn, wenn der Secret Service da irgendwie Kameras aufstellen würde, das, das würde die viralste Show aller Zeiten werden. Livestream aus dem Weißen Haus, hinter einer Paywall, die könnten direkt irgendwie alles, was die an Schulden jemals angehäuft haben, könnten die abbauen. Ich würd's bezahlen. Weil nicht jeder sehen, wie Trump sich versteckt und, und die ganze Zeit rumschreit, ey, ich komm nicht raus, ich komm nicht raus. Und wie er, wie er sich einen Bürger nach dem anderen reinzieht, wie er Pizza bestellt und, äh, alles weiß ich, was er noch alles macht. Und irgendwann, wenn die Bullen reinkommen und ihn rauszehren wollen, drückt er auf den roten Knopf, dann ist alles zu Ende. Und das war's dann für 2020. Ich hoffe wirklich, ja, ich hoffe wirklich, dass, dass mit diesem roten Knopf, dass da wirklich irgendwie nochmal so eine, so eine Zwischensicherung ist. Weißt du, nicht, dass er jetzt aus einer Laune heraus irgendwie so ein paar Raketen auf Joe Bidens Haus schießt oder so, dass da wirklich einfach nochmal eine Instanz ist, die sagt, äh, Herr Präsident, nein. Aber was macht der rote Knopf eigentlich? Wo fliegen diese Atomraketen hin? Stimmt, eigentlich müsste man ja vorher sagen, hier, da und da. Also, wahrscheinlich, wenn man da jetzt auf den Knopf drückt, passiert gar nichts. Oder es gibt so ein, so ein, es gibt so ein Ziel, was Auto eingestellt ist, wo man sich sicher sein kann, das stört keinen, wenn's weggesprengt wird, so Bayern zum Beispiel. Ich dachte, ich dachte, Nordkorea, aber Bayern ist auch gut. Ja, nee, nee, also, dass das einfach so, grund, grundlegend ist erstmal Bayern im Ziel und wenn man dann doch ein anderes hat, muss man das noch ändern. Dass, wenn man aus Versehen mal auf den Knopf irgendwie einschläft, mit der Hand ausrutscht, weißt du, dass dann nicht ganz so Schlimmes passiert. Auch schon mehr so ein Bild, wie Trump quasi seine Hand über diesen roten Knopf hält und sagt, wenn er mich herauswerft, dann drück ich drauf. Ja, und der Secret Service hat aber den Stecker schon gezogen. Oh Mann, oh. Das wär großartig. Vielleicht noch ein kleiner, leider nicht Funfact, weil zu wenig Leute bis jetzt dran gestorben sind. Joe Biden ist der Präsident, der in der Geschichte der USA die meisten Stimmen bekommen hat. Ja. Und jetzt kommt's aber. Trump hat auch viel mehr Stimmen bekommen als jeder Präsident zuvor. Ja, weil die Wahlbeteiligung so hoch war. Genau. Also er ist quasi zweiter Platz. Die sind gerade ungefähr vier Millionen Votes auseinander. Man munkelt, dass es bis zu fünf Millionen sein könnten. Bei Hillary Clinton waren's ja noch drei. Und trotzdem, Alter, ich find das so krass. Vielleicht für Leute, die jetzt überhaupt nicht Bescheid wissen, das hätten wir vielleicht als erstes machen sollen. Es gab so vier Swing States, beziehungsweise eher drei, aber ist egal. Und wo halt nicht klar war, ob die jetzt demokratisch oder republikanisch werden. Und letztendlich, ich glaub in Georgia, das sind ein paar tausend Unterschied, auf Millionen Votes gerechnet, da kann man echt sagen, hier, jede Stimme zählt. Das ist echt krass. Und das ist in übelst vielen Staaten so. So, dass es echt nur so im unteren fünfstelligen Bereich ist. So, dass es gerade so ist. Und erstens ist das sehr beängstigend, dass trotzdem so viele Amerikaner nach der ganzen Scheiße, die jetzt passiert ist, nach Corona-Toten, dass sie trotzdem Trump wählen. Und da munkelt man auch, dass es halt wirklich sehr aus Egoismus raus passiert, weil die Leute quasi Steuervorteile hatten unter Trump und die Economy, Economy, Economy ist wichtiger als Corona-Tote. Und dass sie deswegen sich entschieden haben, ihn zu wählen. Ein Großteil. Aber trotzdem ist es halt einfach krass, dass Joe Biden so viele Votes mehr hat und es aber trotzdem so knapp ist. Ich wollte gerade sagen, durch diese Corona-Geschichte ist es ja auch so, dass diejenigen, die noch leben, die haben ja von Corona nicht viel mitbekommen und scheinen das immer noch zu leugnen und die wählen dann halt Trump, weil sie auch der Meinung sind, dass es das nicht gibt, weil die Toten können ja nicht mehr wählen. Jetzt in der zweiten Welle habe ich das erste Mal einige Leute mitbekommen, die irgendwie positiv sind oder von denen gehört. Ja, vielleicht bald einen mehr. Mal sehen. Oh, oh, Tino. Nein, nein. Nicht so. Nein, ich habe ja keine Symptome. Okay. Bis jetzt. Bombendrohung Pennsylvania haben wir auch kurz angesprochen. Von daher. Das zählen die ja gerade noch, ne, Pennsylvania. Und Georgia wird neu ausgezählt. Genau, Pennsylvania zählen sie auch noch, aber also aktuell sieht es sehr danach aus, als würde Joe Biden die gewinnen. Und das Ding ist ja, er muss nur eins von diesen vier Staaten gewinnen, New Vegas, sage ich schon, Nevada, Georgia, Pennsylvania und North Carolina. Und es sieht ganz danach aus aktuell. Aber ich will es noch nicht callen, weil das kann alles passieren. Wir haben 2020 und es werden noch die US-Militärstimmen gezählt und die könnten ja auch eher so für Trump sein. Deswegen freuen wir uns mal nicht zu früh. Richtig, richtig. Ich freue mich vor allem nicht zu früh, weil aktuell sieht es aus, als müsste ich 24 Stunden Roblox streamen. Hast du mitgekriegt, was Roblox für eine Scheiße ist? Ich habe es im Stream gesehen und ich habe es nicht so ganz kapiert und ich fand es auch nicht so spannend. Es ist halt auch einfach Dreck. Und ich habe gesagt, wenn Joe Biden alle Swing States plötzlich entscheidet, die noch offen waren für sich, dann mache ich 24 Stunden Roblox Stream. Und deswegen, Alter, das kann nicht wahr sein, dass ich jetzt dafür bin, dass Trump North Carolina gewinnt. Wo übrigens seit Tagen nichts passiert anstimmen. Lieber Trump als Präsident nochmal vier Jahre, als dass du Roblox spielen musst. Du musst dich opfern, Robben. Opfer dich doch mal für die Welt. Stell dir vor, wenn jetzt Trump verhindert, dass ich Roblox spielen muss, das wäre das erste und einzige Gute, was er je gemacht hat. Naja. Ich würde auch für dich eine Stunde übernehmen. Oh, das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Aber nur eine. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Hin- und Herscheiße hier gewesen. Es ist auch weiterhin spannend. Ich bin bereit zu sagen, dass es wahrscheinlich entschieden ist, dass es Joe Biden ist. Auch wenn ich jetzt echt nicht irgendwie ein düsteres Erwachen noch haben will. Aber, Alter, dieser Rollercoaster, ich bin so froh, wenn das vorbei ist. Ich werde so erleichtert sein, wenn dann im Januar wirklich Joe Biden eingeschworen ist. Das wird natürlich nicht super geil. Ich bin da kein Fan. Aber ich weiß nicht, permanenter Stressfaktor. Wenn man jeden Tag irgendwie liest, ja, Trump hat die Scheiße wieder gemacht. Trump hat die Scheiße wieder gemacht. Das wird nur für uns ja sehr traurig werden, weil wir viel weniger über ihn berichten können. Das stimmt. Ich habe mir vorgestellt, wir machen dann mehr so Uplifting. Wir schwingen dann um. Wir sind dann so ein kleiner Safe Space. Zu uns können dann die ganzen Unterdrückten kommen. Die wir dann nicht mehr beleidigen. Der Wohlfühl-Podcast. Oh, ja. Ja, mal schauen. Wer sich nicht so wohl fühlt, sind ganz viele Nerze. Ah, ja, ja. Ich habe gelesen, warte, was war das? Dass ganz viele, wie heißen diese Tiere, aus denen Nerz gewonnen wird? Na, Nerz. Oder nicht? Ach so, okay. Ich weiß es nicht. Ich dachte mal, so heißt dieses Fell dann. Keine Ahnung. Ja, beides. Ich bin kein Tier, keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich esse die ja nicht mal. Ich habe zu denen keinen Kontakt. Ich will mich nicht so sehr loben, ja. Aber ich habe am Mittwoch gestreamt, das Mittwochenende. Und habe da bereits von den Nerzen berichtet. Haben die ein neues Album? Wer hat die Nerzen? Ja, die haben ein neues Album, haha. Das heißt, äh, help me, wir werden getötet. Nein. Zwei Tage später rastet plötzlich Twitter komplett aus. Ach, wisst ihr, die Nerze, die Nerze. Und ich denke, so wollt ihr mich verarschen. Ich habe hier live aus dem Schützengraben berichtet. Was ist denn los, lieber geneigter Zuhörer von Brennpunkt Internet? Tino, weißt du Bescheid, was mit Nerzen gerade los ist? Also, die übertragen wohl auch Corona. Und die mussten jetzt wohl massenweise vernichtet werden. Oh, Tino, nicht nur einfach Corona. Eine mutierte Variante von Corona ist auf mindestens zwölf Menschen übergesprungen. Oh. So, und das kann halt sein, während wir noch in der ersten Apokalypse quasi sind, dass die nächste anrollt. 2020 war erst der Anfang. Ja. 2021, da haben wir dann Covid-19 und Covid-20. Stell dir das mal vor. Es ist eben echt scheiße, dass man die ganzen Tiere jetzt irgendwie vernichten muss. Und da ist man ja so als Tierrechtler und Tierfreund irgendwie total in der Zwickmühle. Auf der einen Seite will ich halt nicht, dass ein noch schlimmerer Virus rumkursiert. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht, dass ganz viele Nerze sterben. Muss man aber dazu sagen, Tino. Das war nämlich auch irgendwie so der Konsens auf Twitter. Oh, wie könnt ihr nur jetzt diese, die werden übrigens vergast tatsächlich. Bis zu 17 Millionen Nerze. Aber die wären sowieso getötet worden. Die sind quasi jetzt nur früher dran. Das ist ja kein Argument. Ja, also ich sag nur, ne. Also es wäre eher sinnvoll zu sagen, ey, warum müssen wir denn eigentlich immer noch Nerz-Fell tragen? Warum können wir diese Scheiße nicht komplett sein lassen? Es geht übrigens hier gerade um Dänemark. Falls das noch nicht erwähnt wurde, weiß ich gerade gar nicht. Nee. Dänemark ist zum Glück ein relativ solides Land, so. Es gibt aber auch Nerz-Produktionen in anderen Ländern, die dann vielleicht nicht sagen, ach komm, wir scheißen jetzt auf den ganzen Gewinn, der da uns verlustig geht. Nein, wir ziehen das jetzt durch. So, und das ist so ein bisschen meine Sorge. Ja, schwierig. Sehr, sehr schwierig, aber ja. Schwierig. Ja, schwierig. Was auch schwierig zu sein scheint, ist der Bau eines Großflughafens. Der BER ist ja eröffnet worden und nach zwei Tagen hat es bereits reingeregnet. Okay, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Großartig. Wir dachten alle, ja, endlich haben wir diese Schmach beendet und der Großflughafen BER ist endlich an den Start gegangen und dann mussten sie irgendwelche Wannen aufstellen und so, dass, ja, diese, das Regenwasser aufhalten können. So, so 50 Eimer stehen da jetzt rum, ja. Es ist so traurig. Sag mal, ist das eigentlich richtig gutes Timing, wenn man im Lockdown light, wo alle angehalten sind, nicht zu reisen und nicht zu fliegen, einen Flughafen endlich eröffnet? Das war denen scheißegal, glaube ich, jetzt. Die wollten das Ding einfach beenden, die wussten, okay, jetzt schaffen wir es endlich. Jetzt haben wir die letzten Nägel reingehämmert und die letzten Sachen reingebohrt. Scheißegal jetzt. Hauptsache, er funktioniert. Ja. Ja, geil. Also, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ich google mal kurz BER Wasser. Mal gucken, was da kommt. Flughafen, Wassertropf durch das Dach. Bitte nicht lachen. Im Flughafen Berlin sind die Wasserrohre und nicht. Ja gut, das ist ja großartig. Ich habe gelesen, rein regnen und nicht Wasserrohre, aber na gut. Vielleicht auch beides. Hier steht, die Wasserrohre sind zu dünn. Die Wasserrohre der Sprinkleranlage zu dünn. Der Austausch wird mehrere Monate dauern. Okay, Leute, macht den Laden zu. Wir haben es. Dauert mehrere Monate und dann huch, doch mehrere Jahre. Als gäbe es irgendwie so Personal beim BER, die keinen Bock haben zu arbeiten und deswegen ständig irgendwelche Sachen manipulieren, damit die halt irgendwie zu Hause bleiben können, aber bezahlt werden, weißt du? Ja, da sehe ich mich. Ich würde, wenn ich in so einem Laden arbeiten würde, ich würde Löcher in die Decke stecken. Ja, keine Frage. Andere Leute würden auch gerne Löcher irgendwo reinstecken. In Menschen nämlich. Asoziale Schweine in Wien. Ich habe übrigens auch schon den passenden Titel für diese Folge. Wahlen Wien Krimi. Ja. Hammer. Geht, geht. Sehr gut. Ja, also in Wien ist richtige Scheiße passiert. Mal wieder jemand, der irgendwie zu viel Zeit hat, keine Hobbys und ein dummes Bastardstück ist. Und ist rumgelaufen. Ergebnis vier Tote, glaube ich, ne? Ja. Und 23 teilweise sehr schwer Verletzte. Good Job, Bastard. Das war übrigens nicht ernst gemeint mit dem Good Job. Ähm. Ja, das war wieder so ein Islamist. Das ist halt langsam so. Ja, so ein junger Islamist irgendwie, der seit einigen Jahren schon in Österreich lebt und ist wohl... Der ist in Österreich geboren. Ist irgendwie vorbestraft auch gewesen. Aber hat halt Migrationshintergrund. Ähm. Ist vorbestraft, weil er sich schon mal dem IS anschließen wollte. War dann im Gefängnis und hat dann wohl ein gutes Schauspiel hingelegt und Sozialarbeiter, Psychologen, Polizisten, Richter und so weiter überzeugen können, dass er jetzt normal ist und demokratisch und er hat sich geändert. Und das war wohl nur eine große Finte. Demokratisch. Er ist demokratisch. Er votet, wenn er umbringt. Es gibt halt nur eine Stimme. Ja, alleine. Mist. Und dann gab es wieder... So funktioniert Demokratie halt nicht. Da gab es wieder ganz, ganz große Anschuldigungen. Ja, die bösen Ausländer und der Islam. Und da muss man aber erst mal sagen, erstens, es gibt einen Unterschied zwischen Islam und Islamismus, was viele erstmal nicht kapieren. Und zweitens gab es noch eine andere Geschichte nebenher und zwar zwei MMA-Kämpfer, die auch Migrationshintergrund haben. Die wurden als Helden betitelt, weil sie eine ältere Dame und einen Polizisten gerettet haben. Die wohl verwundet am Boden lagen und die haben sie ja im Traktor ausgetragen. Ja, da habe ich Instagram-Stories gesehen. Genau. Die sind auf Twitter kursiert. Ja, und wie gesagt, er ist halt in Österreich geboren. Er hat Nordmazedonien, kommen seine Eltern, also so quasi albanisch. Und okay, ja, kann man sagen. Aber der, also es ist ja jetzt nicht so, dann ist ja der erste, ach, der ist bestimmt in der Flüchtlingswelle hergekommen oder so. Ne, das war einfach nur ein normaler Österreicher in diesem Sinne, der halt trotzdem vom islamischen Staat sehr beeindruckt war, weil die ganz toll sind. Nicht? Das haben wir ja auch in Deutschland mit so Deutschen, die konvertiert sind zum Islam und die sind dann radikalisiert worden und sind nach Syrien geflogen, haben sich da ausbilden lassen. Es kann also auch Ur- und Bio-Deutsche erwischen, die halt keinen Migrationshintergrund haben. Ja. Weißt du, was an dem Bastard das Schlimmste ist? Erlebt noch? Der hat die, der, ne, der hat die Scheiße in meinem Stream abgezogen. Weißt du, ich bin gerade live, will hier Halligalli Happy Go Lucky machen und auf einmal heißt, ja, übrigens, ha, 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 da sterben gerade Menschen in Wien und dann musst du dagegen anmoderieren. Uh. Richtig dumm. Das hatte ich aber auch mal vor vielen Jahren, da war ich, ich weiß nicht mehr, was das genau für ein Sender war, aber ich habe mal eine Radioshow moderiert, das war so einmal im Monat und das war so eine gute Laune Adventsshow und da habe ich halt Musik gespielt und so ein mitmachen und da kam am Anfang der, ähm, oder kurz bevor es losging, so eine Meldung, dass es einen Amoklauf in der Grundschule in den USA gab, ähm, wo halt kurz vor Weihnachten so ein Typ irgendwie Kinder und Lehrer erschossen hat und ich dachte auch so, fuck ey, da habe ich echt keinen Bock drauf gerade. Ja. Da musste ich auch dann gute Laune zum, äh, traurigen Spiel machen, das ist echt nicht easy. Oh man, ja, ich, ich bin diese Sache auch langsam einfach leid. Es ist, keine Ahnung, ich, oh, ich weiß nicht, ich habe mich auch im Stream schon so aufgeregt, es ist wirklich so dieses, äh, das klingt halt so ein bisschen dumm und einfach gesagt, aber wenn, wenn diese Menschen einfach mal irgendwie sowas wie ein Hobby hätten und sich nicht den ganzen Tag in so eine Scheiße reindenken würden, oh Gott, dann würde das halt nicht passieren. Das ist doch ihr Hobby. Ja, aber das ist ein beschissenes Hobby. Da sind wir uns einig. Kann ich auch nicht, das kann ich ja auch nicht sagen, dass, dass, dass das denen unbedingt Spaß macht, oder? Also weiß ich nicht, klar, kriegen die vielleicht irgendwie einen Kick, wenn die da rumziehen. Oh Gott, oh Gott. Ja, die werden irgendwie gehönt gewaschen, ich kann es mir auch nicht erklären, wie das so zustande kommt. Hecke doch, oder was weiß ich, was man in Wien macht, fahrt halt irgendwie Schlittschuh und, und Ski oder so, aber, oh Gott, Mann, es ist einfach so dumm. Ich kann es ja nachvollziehen bei so, so kleinen Kindern, die großgezogen werden in solchen Regionen, wo der islamische Staat so groß ist und der, der Islam halt so radikal gefeiert wird, dass da Kinder gehirngewaschen werden, ja, aber so Menschen wie er, der halt in Österreich geboren ist und eigentlich ein offensichtlich normales soziales Umfeld hatte, dass er so abrutschen kann, das verstehe ich halt auch nicht. Können wir nicht einfach mal über Großraum Islamischer Staat, wo immer die auch so konzentriert sind, einfach mal so per Rosinenbomber ein paar Playstations abwerfen oder so, dass die einfach auf andere Gedanken kommen, dass sie sehen, oh geil, ich kann ja in der Welt auch Spaß haben, ohne irgendjemanden umzubringen. Dann spielen sie Ballerspiele und dann reicht ihnen das nicht mehr aus und dann wollen sie diese richtige Menschen erschießen. Ach Tino, nee, 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 da geh ich nicht mehr mit. Doch, doch, so ist das, doch, doch. Dieser Talking Point, der ist längst, der ist der kaputt. Die, die, die sehen halt, ah geil, Videospiele, ach, vielleicht fang ich jetzt auch mit an mit häkeln, ich probier einfach mich ein bisschen aus, weißt du? Stell dir das doch mal vor, die, die, die brauchen doch immer hier ihre, ihre komischen, äh, Molltons da, die sie sich umwerfen, Mann. Klar, wer kennt sie nicht, die, die Gamer, die gern Shooter spielen und nebenbei häkeln? Nein, ich meine, diese verwumpften Leute, die brauchen doch immer für ihre Frauen und so, die brauchen doch immer solche Lappen. Die sollen einfach nur Hobbys entwickeln. Die sollen mal für ihre Frauen schöne Burkas häkeln. Ja. Und dann sehen die, ah, guck doch mal, so ein bisschen Hausarbeit kann auch Spaß machen. Ja. Ah, dumm, richtig dumm. Wer jetzt keinen Spaß mehr hat, ist Sean Connery, denn der ist gestorben. Ja, also. Ja, stimmt, diese Meldung war ja auch noch da, nicht, ja, er ist tot. Ups. Er war der erste James Bond, der erste James Bond war das. Ich glaube, so alt wie der war, war der auch der erste Mensch, also, der war 90, Mann, der hat ein gutes Leben gehabt, da muss man jetzt, glaube ich, nicht hinterher heulen. Der war der erste Schauspieler. Ist natürlich, ist natürlich wie immer schade für die Familie und so, ne, aber komm, 90 Jahre ist schon ein solides Alter, außerdem hat er auch, glaube ich, ein ganz okayes Leben. Der wurde zum Ritter geschlagen, meine Güte, ja. Sollte man anfangen, eines Tages Menschen zu ihrem Tod zu gratulieren? Dass man sagt, okay, er ist 90, oder sie ist 90 geworden, geil, Glückwunsch, du hast es geschafft, tschüss. Ja, doch, sehe ich, kann ich mir vorstellen. Dann feiern sie alle an dem Grab und so und sagen, nice. Ja, auf dem Grabstein steht da einen herzlichen Glückwunsch. Genau, endlich, das hinter dir und so. Ja, also, wenn Trump wiedergewählt worden wäre, hätte man auf jeden Fall gratulieren können. Das ist ja auch voll traurig. Er hat den Way Out gefunden. Auch voll traurig für Sean Connery, dass er nie erfährt, wer gewonnen hat. Oh, stimmt. Uff, aber wir vielleicht auch nicht, so lange, wie sich das schon zieht. Mein Sportlehrer hat auf Facebook geschrieben, wenn das so weitergeht, erleben sowohl Trump als auch Biden nicht, wer die Wahl gewonnen hat. Witzig, witzig, doch, ja. Ja, kann ja sein, dass auch der Wasserschaden im Flughafen repariert wird, bevor in North Carolina seine Ergebnisse bekannt gibt. Das ist aber sehr weit herkommend. Das stimmt, es tut mir leid. Das war wieder absurd jetzt. Alter, ich sehe hier gerade auch die Corona-Zahlen. Das ist so lächerlich, Mann. Es gab, glaube ich, 23.000 Neuinfizierungen oder neue Fälle. Also alleine in Frankreich die letzten sieben Tage 330.000. In Frankreich? Alter Schwede. Das ist richtig hart, Mann. Was ist los bei denen? Die haben Corona. Ach so. Ja. Noch nie gehört. Ungünstig. Alter, und Belgien, Mann. Die haben pro 100.000 oder 756. Das ist echt eine sehr hohe Zahl. Oh, Tschechien ebenso. 57. 757. Da sind wir hier im Vergleich echt gut dabei, ne? Ja, 149 haben wir gerade. Und das ist jetzt auch das erste Mal gewesen, dass in Weimar wieder die Zahlen gesunken sind. Mhm. Jetzt zwei Wochen die ganze Zeit nur am steigen, steigen, steigen. Und gestern habe ich nachgeguckt, das war das erste Mal, ist die Inzidenz ein bisschen zurückgegangen. Aber das muss ja noch nichts heißen. Da wartet mal ab. In zwei Tagen kann ich euch sagen, ob ich dazu gezählt worden bin. Wenn ich die Zahlen hochtreibe. Ja. Alter, ich habe jetzt mittlerweile auch von einem gehört, der mit starken Corona-Symptomen in die Uni gegangen ist. Wie dumm und rücksichtslos kann man sein? Aber ich muss auch sagen, dass ich vieles nicht verstehe, weil ich musste ja zum Test. Und die Person, mit der ich gerade zusammenlebe, die sollte erstmal nicht zum Test gehen, weil sie keine Symptome hat. Aha. Obwohl wir beide in Quarantäne sind, gemeinsam, und wir haben dieselbe Person getroffen. Also alles gleich, nur ist die Person irgendwie, durfte sie nur zum Test, wenn sie Symptome hat, und musste dann quasi über den Arzt das regeln. Das ist völlig bescheuert. Du hast aber nichts bezahlt, oder? Nö. Wir haben nichts bezahlt, nö. Also ich auch nicht, weil ich nicht selbst bezahlt habe, aber wir mussten ja einen Test machen, damit wir für die Show negativ sind. Und, äh, das ist schon hart. Das übernehmen die Arbeitgeber manchmal, ne? Ja. Das ist schon echt hart. Naja gut, was auch hart ist, ist das Leben des Wladimir Putin. Der, äh, munkelt man jetzt, hat Parkinson. Oh. Es gab so ein Report, dass der plant, zurückzutreten im nächsten Jahr, wegen gesundheitlichen Gründen. Hat aber abgestritten, dass er irgendwie Parkinson hat und zurücktreten will. Gleichzeitig, und jetzt setzen wir uns ganz leichte Aluhüte auf, gleichzeitig haben, äh, hat die russische Regierung aber veranlasst, ein neues Gesetz, dass Ex-Präsidenten auf Lebenszeit Immunität von, äh, von Verfolgung durch den Staat gibt. Also, es wird quasi jeder freigesprochen, der im Amt ist, der kann für nichts belangt werden, was er getan hat. Für gar nichts. Neues, sehr gutes Gesetz. Auch für, für, für Mord und, äh, Terrorismus. Ja. Wie geil ist das denn? Immunität, weil der ist ja Präsident, der musste. Der kann ja. Fürs Volk getan. Der kann ja in, in Laden spazieren und kann sich einfach, einfach, einfach einen Center-Shop klauen. Genau. Ne, nicht mal klauen, es ist ja quasi mitnehmen, in seinem Fall. Ja. Ist ja quasi dann Parteispende oder so. Ich würde gerne noch den, 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 den Gag nachschieben, ähm, Putin zittert vor dieser Diagnose. Ja, ja, ja. Ne, also, ich weiß nicht, also, er ist... Ich habe mir auch gerade was nachgeschoben, Nasenspray nämlich, warte. Ihh. Oh, ja. Aber das kann ich ja gar nicht, ne, Nasenspray. Wieso, findest du das eklig? Aber total, mir Sachen in die Nase zu ziehen, finde ich irgendwie nicht geil, egal was. Musst du mal Koks ausprobieren, ist ziemlich nice. Das würde, das würde gehen tatsächlich, aber so anderes, so medizinisches, ihh. Das greift dir irgendwas an. Naja, also, also, ich, ich, ich finde nur, dass da irgendwie, das klingt nach Zusammenhang, wenn du mich fragst. So, wir machen mal so ein neues Gesetz, dass ich da immun bin und dann, huch, vielleicht tritt da jemand zurück nächstes Jahr. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass er zurücktritt. Putin, ne, der wird sein Leben lang wahrscheinlich im Amt bleiben. Möglich, möglich. Aber ich finde das echt abgefahren. Also, das ist ja wie diese Diplomaten, die auch irgendwie, weiß ich nicht, ähm, falsch parken dürfen und rote Ampeln überfahren dürfen, ohne belangt zu werden. Ich verstehe schon den Sinn dahinter, ja, dass man irgendwie nicht aus politischen Gründen irgendwem in Verbrechen irgendwie in die Schuhe schiebt. Aber das finde ich doch ein bisschen krass, dass sie halt so machen dürfen, was sie wollen. Nicht ganz, aber vieles. Und bei Putin ist es ja jetzt ähnlich, offenbar. Dann darf der ja auch sonst was tun und kann nicht belangt werden. Das finde ich sehr gefährlich. Was ich auch gefährlich finde, ist, dass ich mir hier am 2. November Konzerte Festivals als Notiz aufgeschrieben habe und ich weiß absolut nicht mehr, was das sein soll. Weil die jetzt ausfallen? Ach, fuck. Das ist ein Hörerwunsch, glaube ich. Ah. Wir haben eh noch drei Stück. Tino, ja, eben. Wir müssen echt dann demnächst mal Hörerwunsch machen. Es ist halt echt gerade hart mit Extreme Talk. Aber ja, klar, Alter. Jetzt sag ich es dir, jetzt wissen wir es. Also, Hörerwunsch, Konzerte, Festivals, unsere besten Erlebnisse, bla 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 bla. Also, beste Erlebnisse, Festivals und beste Erlebnisse mit Alkohol war es irgendwie, oder? Richtig, richtig. Und dann noch Metal Gear Solid. Das ist der beste Hörerwunsch. Aber die einen überschneiden sich so ein bisschen. Die besten Erlebnisse mit Alkohol und Festivals, das wird sich bei mir überschneiden tatsächlich. Das ist okay. Na, ich hab Zeit. Ja, ich vielleicht auch irgendwann wieder. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Und das Metal Gear Solid-Ding müssen wir halt auch noch mal irgendwie dann besprechen. Ich weiß nicht, also, ob ich da völlig blind rangehe. Oder ich guck mir den Let's Play an, keine Ahnung. Ich muss mich da irgendwie reinfuchsen. Mal überlegen. Wir könnten mal jemand anderen noch dazuschalten. Vielleicht hat die Lust, Lassi. Die hab ich nämlich vor einem halben Jahr, ein Jahr irgendwann mal genötigt, sich das anzuschauen. Und die war auch sehr überzeugt hinterher. So. Und da hätten wir auch vielleicht noch mal so eine Meinung. Also, die quasi deine Position hat. Nur, dass sie die Zeit investiert hat, sich dieses Spiel komplett reinzuziehen. Was ich jetzt von dir nicht verlangen wollen würde. Sie ist mir voraus, meinst du? Und ich kann dann quasi Fragen stellen an sie, wie es für sie so ist. Ja, und war halt auch so 0 drin. Und ist dann so von 0 auf 100. Mal gucken. Eine schöne Idee. Also, ich würde mich freuen. Ähm. Ich würde mich auch freuen, wenn Jan Böhmermann mal wieder irgendwas Geiles machen würde. Denn die Auflösung der Telegram-Gruppe ist die lameste Scheiße, die ich je gesehen habe. Also, muss man dazu sagen, ich habe jetzt, ähm, dieses Video noch nicht gesehen. Hast du da was gesehen? Ähm. Ähm, also, wir haben gestern schon mit, äh, mit einem Kumpel zusammen, äh, geskypt und haben darüber gesprochen. Und wir fanden das auch ein bisschen lame, diese Auflösung, die Böhmermann da gemacht hat. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, ist wieder witzig, dass er so eine Erwartungshaltung aufbaut und am Ende dabei nichts rauskommt. Das ist ja auch irgendwie wieder ein, ein Troll oder ein, oder ein Gag. Ja, gut, äh. Und es war ja auch nicht ganz nichts. Also, er hat das ja irgendwie aus Recherchezwecken gemacht und er wollte wohl Hildmann und Wendler und Naidoo einholen mit seinen Follower-Zahlen bei Telegram. Also, es war ja nicht ganz ohne, also, ganz ohne Sinn. Also, als ich, die Nachricht wurde ja in die, also, wie gesagt, ich habe dieses Dings jetzt nicht gesehen. Jan Böhmermann ist zurück, direkt der großen Verschwörung auf der Spur, bla, bla. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Kann sein, dass das ganz gut ist. Doch, mach das mal. Aber diese Telegram-Aktion halt, du hast das gesehen, oder was? Ja, ja, ich habe es gesehen, die ganze Show gestern. Und ich fand die echt gut. Und er hatte auch so ein bisschen das aufgezeigt, warum er bei Telegram war und so. Er hat sich halt irgendwie mal rausnehmen wollen und, äh, hat sich aus Recherchezwecken mehr oder weniger an diese Telegram-Bubble begeben. Ja, also, als die Nachricht in die Oase weitergeleitet wurde, dass, dass die, der Telegram-Kanal jetzt ZDF-Magazin-Royal heißt, Alter, da dachte ich, oh, das ist so lame, Alter, das ist so endlos lame. Das ist ja nicht die ganze Auflösung. Das ist ja nur jetzt, wie es weitergeht mit dem Kanal. Ja, aber trotzdem. Egal, ich, vielleicht gucke ich ja den Shit dann mal an, mal sehen. Das kann man allgemein sehr empfehlen, finde ich. Also, von ihm, die Sachen von Böhmermann, so diese, diese, diese Themen, die er aufgreift und dann sehr vertieft und aufklärt und so. Das ist schon sehr interessant und du erfährst sehr vieles, was sonst verschwiegen wird. Und auch manchmal in den Medien, was nicht so aufgegriffen wird. Und er zieht auch viele gute Schlüsse, finde ich. Man muss nicht mit allem übereinstimmen, aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er falsch recherchieren würde oder irgendwie Sachen in die Welt setzt, die nicht stimmen. Naja, aber wenn wir gerade bei Telegram-Gruppen sind oder Channels, da gibt es wenigstens eine sehr positive Nachricht. Ich lese sie mal vor, vielleicht ist sie dir noch neu. Liebe Fans und Freunde, liebe Follower, Haken, ich habe gesagt, was wichtig war und getan, was ich konnte. Jetzt seid ihr aufgefordert, die Welt zu verbessern und sich nicht nur auf andere zu verlassen, die euch diese Arbeit abnehmen. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Ich werde heute meine Telegram-Seite einstellen. Dankeschön für jeden Einzelnen, der zu mir gestanden hat. Michael Wendler. Ja, wollte ich gerade sagen, da will er wieder zurückrudern so ein bisschen und will auch wieder Musik machen. Alter, das ist so, oh, das ist alles so dumm, ey. Ich könnte den ganzen Laden hier die Scheibe einboxen, ey. Ich könnte vor die Scheibe blocken, Scheibe klopfen und Stop the Count rufen. Stop the Count, Stop the Count. Übrigens auch so witzig, dass die in dem einen Bundesstaat geschrien haben Stop the Count und in einem anderen Bundesstaat Count all ballots. Also, das ist so schizophren, egal. Ja, Michael Wendler hat seine Scheiße eingestellt. Das ist doch schon mal was. Ja, weil er gemerkt hat, dass jetzt alles irgendwie in den Bach runter geht für ihn. Seine Werbeverträge hat er verloren. Seine Musik wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so oft gehört und er kann ganze Theater vergessen. Damage ist dann, also was erhofft er sich denn, dass er jetzt irgendwie nur ein 80 macht und plötzlich alle sagen, ach cool, das wird doch nicht passieren. Ich könnte mir fast vorstellen, dass er wirklich als so dämlich empfunden wird von der Öffentlichkeit, dass sie ihm das verzeihen. Der ist kein Hardliner. Auch sein Statement damals wirkte nicht wie selbst geschrieben und selbst verfasst. Es wirkte ein bisschen so, als hätte er zu Hildmann irgendwie so einen leichten, guten Draht gehabt. Und Hildmann hat er halt so ein bisschen manipuliert in so eine Richtung und ihm diesen Text verfasst, den er vorlesen sollte. Und ich glaube, dass Wendler die Hälfte davon nicht mehr verstanden hat. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er, wenn er jetzt irgendwie sagt, sorry Leute, ich hab mich geirrt, ich hab mich da irgendwie fehlleiten lassen, dass sie ihm das verzeihen, weil es einfach in sein Gesamtbild passt. Der Wendler wird als so dämlich empfunden, dass er auch auf sowas reinfällt. Dann sagen alle, ach komm, der Wendler, egal. 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 Ähm, ich hab grad noch Recherche betrieben. Attila Hildmann, der hat 112 Subscriber in seinem Channel und seine neuesten Sachen haben immer nur so 10.000, maximal 15.000, äh, Views. Und, äh, ich würde sagen, vielleicht haben wir es geschafft. Vielleicht ist es überstanden. Und das, das Gröbste ist vorbei. Vielleicht sind auch die neuen Zahlen so krass, dass die Leute sagen, okay, vielleicht ist an diesem Corona doch was dran. Aber quasi nur noch ein Zehntel, die regelmäßig überhaupt in den Channel schaut. Davon sind bestimmt ein paar dabei, die es ironisch machen. Mhm, stimmt. Ich hoffe mal, dass da so ein bisschen die Luft jetzt raus ist aus der Scheiße. Ja, ich wünsche es mir auch. Ich weiß gar nicht, wie es bei Naidoo gerade aussieht. In seinem Channel. Keine Ahnung. Der hat auch das Video von Böbemann auf YouTube gepostet mit Kotz, 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 Smiley, Daumen runter, Daumen runter und Kommentieren aufruf. Aber haben nur 10.000 Leute gesehen. Das ist aber echt eine geringe Reichweite. Ich gucke gerade mal, ob ich noch drinne bin. Ne. Ich bin nur noch bei Hildmann drin. Und da sehe ich das Gleiche. Ja, ist ja Hildmann. Genau, das sind 9.000, 13.000. Ja, das sind echt wenige. Das sind vielleicht 10 Prozent oder so, die das noch sehen. Ja. Hart, hart. Naja, gibt es nicht noch mehr harte Sachen, Tino? Ja, eine harte Sache ist Bushido, der gilt ja auch so als harter Mann, als harter Rapper. Und der überrascht gerade viel. Wir hatten ja erst vor ein oder zwei Wochen die Meldung, dass Bushido jetzt so die Corona-Leugner in ihre Schranken weist und sagt, Alter, ich wurde auch gerade getestet und mach mal keinen Blödsinn. Den Virus gibt es und jetzt... Da muss Bushido sich erst einen Stiel ganz tief in den Hals stecken, bevor er zur Vernunft kommt. Das führt zum nächsten Thema, denn er ist jetzt auf einmal homofreundlich. Oh, nice. Der hat in einem, in einem, in einem, irgendeinem Video vor einiger Zeit ein T-Shirt getragen mit Regenbogenfahnen und das hat viele Fans verwirrt und verunsichert. Und jetzt kam ein Statement von ihm. Verunsichert. So über einen Schwulen gebeugt mit der Faust im Anschlag. Sehen Sie das Bild von Bushido, hä? Was soll ich jetzt machen? Was? Soll ich ihn verprügeln? Und jetzt hat Bushido wohl ein Statement rausgelassen und gesagt, Alter, ich war noch nie homofeindlich und für mich war es schon immer klar, dass Homosexualität was Normales ist. Ich erziehe meine Kinder tolerant und habe ihm auch schon erzählt, es ist okay, wenn man als Mann einen Mann heiratet. Und ich dachte mir so, what? Der hat früher Sachen gesungen wie Schwuchteln gehören vergast und so und hat Stinkefinger gezeigt in Richtung von LGBTQ Demonstranten. Der hat sich ja völlig gedreht. Und ich glaube auch, zu wissen warum, denn ich denke, also zum einen gab es das Gerücht, dass er seine Texte gar nicht selber geschrieben hat früher, dass er das mit den Schwuchteln vergasen gar nicht geschrieben hat. Das kann sein. Er hat es nur gesagt. Auf der anderen Seite, achso, ja genau. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es gerade so ein Riesenthema ist, also Toleranz sein und so weiter, dass er jetzt noch umschwenken will. Dass dieses Homophobe gar nicht mehr so cool ist und gar nicht mehr so angenommen wird. Na, das ist alles Marketing. Der will euch linksgrün vor Süfte da noch abholen, weißt du? Och, der Bushido, den holen wir auf unseren nächsten CSD. Es bleibt ja Scheißmusik. Ja, also ich finde es auch ganz, ganz finster. Alter, alleine diese Reime, das ist ja immer mein Beispiel. Ich glaube, das war damals Bushido, wo ich das erste Mal so gehört habe. Oh, ich höre mir mal diesen Deutschrap an. Ich mag ja eigentlich so Lyrik, ja. Und dann dieses Reimen von Yakuza auf Computer. Ich finde den Song nicht mehr, aber ich glaube, das war damals Bushido. Das tut mir so weh, wenn ich das höre. Das ist für mich kein Reim. Das ist einfach nur Kürze. Yakuza, Computer. Ja, mit viel Fantasie und viel Augen zudrücken ist der Reim jetzt nicht weit von so manchem Ärzte-Reim. Na, na. Doch, doch. Na. Hm. Da diskutiere ich jetzt nicht mehr. Aber übrigens, ich fand euren Podcast ja schön. Euren zweistündigen Podumcast zum Thema Ärzte. Ja, hätte ich vor allem auch nicht gedacht, dass es tatsächlich zwei Stunden werden, ne? Das ist schon... Und es war jetzt nur ein Album, also da kann man wahrscheinlich einen 24-Stunden-Stream zu machen und über jedes scheiß Album reden, Alter. Das ist schon echt krass. Das wäre doch voll die gute Reihe, oder? So eine Podcast-Reihe. Jedes Mal wird ein neues Album drangenommen von den Ärzten. Wenn das wen interessiert. Ja, es ist schon sehr Nische, aber keine Ahnung, mal gucken. Ich habe das jetzt eher ironisch gemacht. Sprecherwunsch Nummer 1. Ich weiß nicht, ob das nochmal vorkommt. Ich hoffe aber, dass eine andere Sache nicht nochmal vorkommt. Joey Kelly nämlich. Oh, Penis. Hast du mitgekriegt. Penis, ne? Ja. Penis, huhu, die Nachricht der Woche. Urlaub mit Till Lindemann. Joey Kelly wurde in Penis gebissen und wäre fast gestorben. Aber nicht von Till Lindemann. Ist richtig, ja. Die Überschrift ist witziger als die tatsächliche Auflösung. Irgendwie ist der mit Piranhas rumgeschwommen. Warum auch immer. Und wurde da angeknabbert. Gibt es da nicht auch so einen komischen Fisch oder so einen Insekt, wenn du in ein Gewässer pinkelst, dass dann dieses, weiß ich nicht, was es für ein Vieh ist, durch deinen Wasserstrahl in deinen Penis reinrutscht? Wie, Amazonas? Also ich glaube nicht, dass das Piranhas sind. Klingt aber sehr lecker. Amazonas Penisfisch. Habe ich gerade von meiner Redakteurin gehört. Amazonas Penisfisch. Google das mal. Das mache ich jetzt auch. Bin ich jetzt auf irgendeiner Liste drauf? Ist das FBI mir jetzt auf der Spur? Vampirfisch trinkt in Penis ein. Ich kotze. Ja, genau. Während des Pinkelns. Die zu den Schmerlenwälzen gehörenden Vertreter der Harnröhrenwälze. Alter, das ist ja abartig. Und der schwimmt dann quasi durch deinen Strahl in deinen Pullermann rein und dann kriegst du nicht mehr so einfach wieder raus. In Brasilien, Alter. Kein Wunder, dass Bolsonaro so ein Bastard ist. Der muss ja übelste Schmerzen haben. Der hat bestimmt drei oder vier von diesen Viechern in seinem Penis drin. Ernähren sich parasitisch von Blut großer Fische, da sie die Suche nach Nahrung von Harnstoff geleitet werden, denen ihre eigentlichen Wirztiere über die Kiemen ausscheiden, können sie dabei auch von im Wasser urinierenden Säugetieren fehlgeleitet werden. Ich kotze. Ich kotze. Hier ist halt so ein Bild. Der ist halt trotzdem, wenn das hier Millimeter sind, der ist halt trotzdem... Nee, warte mal, wenn das Millimeter sind, sind das ja nur... Der wächst auch vielleicht, wenn der dann irgendwie sich ernährt und einnistet. Wie so ein Bandwurm. Abartig, Alter. Ich gehe nie nach Brasilien. Ah, und der Joey Kelly wurde an seinen Penis gebissen. Ja. Ich bin gerade noch ganz baff. Also hier ist auch eine Hand, wo die draufliegen. Da sind die ja fast zwei Zentimeter lang. Ekelhaft. Egal. Ja, Joey Kelly wurde irgendwie Penis gebissen. Hahaha, lol. Gönne ich ihm nicht. Ja. Der arme, der arme Kerl. Was gönnst du ihm nicht? Ja, das, dass er so in den Penis gebissen wird. Ich finde ihn echt sympathisch. Ich weiß nicht. Ja, ich habe das eigentlich gar nicht immer verstanden, warum der bei jeder ProSieben-Sendung durchgepeitscht wurde. Der hat für mich irgendwie gar nichts. Der ist irgendwie so ein leeres Blatt irgendwie. Echt? Irgendwie hat der für mich keinen Charakter. Ich finde den voll lustig. Der ist voll humorvoll. Aber vielleicht habe ich ihn auch in den falschen Situationen gesehen. Doch, der hat viel Humor tatsächlich. Der hat viel zu erzählen. Da gibt es auch so eine schöne Sendung auf YouTube durch die Nacht mit. Da war er mit Flake von Rammstein unterwegs. Und das war richtig süß, wie die beiden sich da unterhalten haben. Und ich finde den Joey Kelly sehr sympathisch. Und sehr ehrlich vor allem. Der ist auch ganz offen damit, dass er halt kein Talent hat für Musik und einfach manchmal nur die Lippen bewegt hat bei der Kelly Family und so. Und dass er die Musik scheiße findet, die er gemacht hat früher. Also, der ist sehr ehrlich und sehr lustig. Meine Meinung. Na gut. Meine Meinung. Dann bin ich ab jetzt ein Kelly Family. Endlich. Ich mag Kelly Family Fans. Vor allem, wenn sie so schöne Filme auf ihrem Telefon haben. Ja. Ja. Stimmt. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Insider, die kein Mensch versteht, sind die besten. Und den erklären wir auch nicht. Das bleibt unser Geheimnis. Es gab übrigens auch noch in Gebäck Rumore. Ein was? Ein Gebäck Rumor? Ja, Quebeck. Ach, Quebeck. Irgendwie ist das gerade normal, was ich bei dir höre? Da ist so, als würdest du unter Wasser gerade so einen kleinen Tauchgang machen. Eigentlich nicht. Immer noch? Jetzt nicht mehr, ne. Vielleicht hat irgendein Kabel an deinem Mikrofon so gerieben oder so. Das war mein Stuhl vielleicht. Egal, wir haben ja eh nicht mehr so viel Zeit. Ich wollte nur noch mal ansprechen, weil wir das jetzt völlig außer Acht gelassen. In Quebec. Oder wie wird es denn ausgesprochen? Quebec? Quebec City. Quebec? 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 Das ist in Kanada, oder? Mhm. Also, in Quebec gab es nämlich auch einen Anschlag. In Quebec? Ja, hast du nicht mitgekriegt, siehst du? Der Brennpunkt berichtet. Es sind zwei gestorben und fünf verletzt worden, als jemand mit einem Schwert losgezogen ist. Großartig. Auch wieder so ein Bombenleger, oder? Weiß ich nicht. Ich wollte es ja noch mal ansprechen. Es gab wohl irgendwo auch... Aber es war wohl ein Katana. Es gab wohl irgendwo auch einen Anschlag von einem Rechtsextremisten. Einen Typ, der hat irgendwie eine rechtsradikale Jacke getragen. Aber ich habe es auch nur so am Rande verfolgt. Eine rechtsradikale Jacke. Geil. Auf rechts getreten. Na gut, Tino, wir müssen die Woche zusammenfassen. Ich muss nämlich dann auch schnell noch essen, damit ich dann noch loskomme. Ich gebe der Woche eine Neun. Ich sage es, wie es ist. Ja, doch. Ich auch tatsächlich. Das war für mich so ein wilder Rollercoaster. Hin und her mit der scheiß Wahl, Alter. Holy fuck, Mann. Ja, auch der Lockdown kommt da mit rein. Der Lockdown light, dass man nichts mehr machen kann. Also ich eh nicht. Erstmal bis zum 10.11. Tino, es rumort wieder. Es rumort. Was ist das? Weiß ich nicht. Ich kann nur hoffen, dass das Discord-Störgeräusche sind. Komisch. Ja, das ist halt professionelles Radio hier. Es ist halt, würdest du dein Ohr an ein Rohr halten und dann so am Rohr kratzen, so ungefähr. Lieber geneigter Zuhörer, falls du das hörst, es tut mir leid, das nächste Mal machen wir es besser. Ja, ich gebe mir Mühe, die Fehlerquelle zu finden. Ich höre mal rein. Vielleicht ist es auch bei mir, aber das ergibt ja eigentlich keinen Sinn. Keine Ahnung. Nee, kann schon sein, das ist bei mir irgendwas. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Also eine 9. Ja, also ich sage auch eine 9 wegen des Lockdown lights irgendwie, dass wir da sämtliche Geschäfte schließen müssen und Menschen stehen vor der Existenzkrise. Wir hatten die US-Wahl, wir hatten schöne Punchlines von Greta Thunberg oder wie Herodes sagen würde, Julia Reda. Sie hat wohl Trump verspottet, weil vor einiger Zeit hat Trump mal zu Greta geschrieben, chill, Greta, chill. Und jetzt hat halt Greta zurückgeschrieben. Sie hat den kompletten Tweet kopiert und seinen Namen eingefügt. Genau, chill, Donald, chill. Ja. Ziemlich nice. Und auch TV-Sender strahlen Trumps Reden nicht mehr aus, weil sie die Schnauze voll haben. Also es ist, Wien ist passiert, Bushido ist passiert. Extreme Talk ist passiert. Richtig, jeden Samstag. Ich bin gespannt heute Abend. Und Sarah Lombardi, das was für mich ausschlaggebend war. Das Schlimmste, ja. Das wäre eigentlich fast die 10 geworden. Ja. Na gut, liebe Leute. Das war doch ein Fest. Es war mir ein inneres Keksebacken. Ja. Quebecbacken. Ein Quebecs Keksbacken. Einen neuen für diese Woche. Stellt es euch vor, Tino saß eigentlich die ganze Woche nur zu Hause. Und hat trotzdem einen neuen vergeben, ja. Und trotzdem. Hat die ganze Zeit am Handy zu hängen und Nachrichten zu verfolgen. Ja, gerade dann, weil ich ja nichts zu tun habe, außer Filme gucken, Schrank aufbauen, mit Leuten skypen. Schrank aufbauen, pumpst du jetzt? Bist du jetzt? Genau, genau, richtig. Homestation, ja. Ich bin jetzt quasi Mr. Muscle. Du wirst mich nicht wiedererkennen. Okay, ich freue mich. Wenn wir uns irgendwann mal wieder sehen sollten, freue ich mich. Ja, okay, ich habe diesen Schrank nicht alleine aufgebaut. Eigentlich habe ich nur zugesehen und ein paar Nägel reingehämmert. Okay. Was auch ganz schön reinhämmert, ist die Musik in meinen Ohren. Au, au. Ist das wieder laut. Aber so gute Musik, Hammer. Absoluter Hammer. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Man riecht sich. Das ist so. Wenn ich mal riechen kann. Auch wieder gut. Auch wieder gut. Bis zum nächsten Mal.